Ich habe mich anders hingesetzt. Nicht, dass ich jetzt mein Mikro ausgestellt habe. Okay, dann mal weiter, ne? Ja, was ist denn das hier? Hier haben wir es angezeigt? Ne. Ja, lass uns mal gucken. Hier hast du mich in den Stich gelassen. Ähm. Erfolgreich. Ich habe ein Geschütze aufgebaut. Ich lebe noch, das reicht. Ach, das Geschütze ist cool. Du und Tricks werdet für immer unsere Lieblingsfolteropfer und dafür lassen wir euch leben. Überlegt es euch. Lasst euch die Halt. Ja, die Tokens kannst du halt immer einlösen, die Münzen. Und, ne? Oben. Oh, nicht nur da. Boah. Ach, hinter dir also auch. Ja. Scheiße. Oh, das sind eine ganze Menge. Ja. Definitiv. Ich muss mal nachladen. Boah. Alter, meiner macht ganz schön böse Ausdrücke, wenn er hier jemanden Kopfschuss verpasst. Echt? Ja. Boah. Äh, du hast glaube ich noch bei dir und bei mir auf einer Seite ist noch einer. Den sehe ich leider nicht. Oben sind noch auf deinem Dach zwei Leute in dem Haus drin. Aber ich kann hier nicht, ich habe keine Sniper mehr großartig. Ich bin schon unterwegs. Zack. Und. Bam. Boah, Alter. Bam. Krass. So, beide tot. Und da kommt noch irgendwo ein Psycho. Hast du ihn? Na da hin. Nein, diesmal habe ich daneben geschossen. Ich wäre daneben geschossen. Was ist denn jetzt los? Du bist auch schlicht da. Jetzt habe ich ihn erwischt. Okay. Cool. Den habe ich jetzt auch erwischt beim ersten Schuss. Geht doch. Juuuut. Na, du lernst auch dazu. Ja, ich habe, muss erst mal wieder meinen Scorching sehen. Ich glaube, wir müssen hier mit den Schadensbehältern mal ein bisschen arbeiten, oder? Mit den was? Hier sind ja so eine Schadensbehälter überall. Wenn wir die abschießen, dürften wir auch mal ein bisschen was machen können. Ja, bestimmt. Du kannst ja mal abschießen, wenn du in der Nähe stehst, um zu testen. Hat dir klappt. Oh, die hauen den Clam-Trap. Komm mal her, komm mal her. Komm mal her. Was sollen wir jetzt machen? Äh, ich würde sagen... Helfen wir ihm? Ja. Alter, warum brenne ich? Alter, ich brenne. Brennst? Ich brenne. Mein Schild ist auf Null. Oh, das ist immer doof. Ja, ich übernehme ihn mal, aber wir sind schon, glaube ich, alle tot. Ja. Brennen ist cool. Autsch. Ähm, mein Leben ist leider auch so ein bisschen. Ja, dann halte ich so ein bisschen gedeckt. Ich übernehme hier ein bisschen. Hehehe. Ja, du rennst hier immer vor, du blöder Clap-Trap. Da kann man dich nicht dauerhaft beschützen. Alter, das gibt's gar nicht. So. So. Und noch einen. Ah, krass. Kommt doch schon wieder irgendwo ein Psycho auf uns zu gerannt. Hinter uns. Hab ne, hab ne, hab ne. Ich hab noch einer. Guck mal, der im Nahkampf glatt. So. Oh, jetzt haben wir da hinten noch einen. Der schießt auf mich. Der mag mich nicht. Der ist tot. Ne, doch. Wieso lebt der noch? Mit null Energie. Autsch. Autsch. Meiner ganzer. Ganz cool beim Headshot. Autsch. Ich hab jetzt noch zum Glück ein paar Sniper, äh, Mumpels hier bekommen. Und. Oh, beide getroffen. Bauch und Kopf, wa? Ja. Der ist hinüber auf jeden Fall. So. Oh, da ist noch einer. Ach so, so. Den krieg ich doch, oder? Boah. Das war jetzt mal saucool. Ja. Ich komm um die Ecke, sieh ihn erkippt auf. Das war der Anblick, Junge. Das war dein Anblick gewesen. Ja. Nehmen wir mal mit. Ja, Muni kann man immer gebrauchen. Ja, wollte ich gerade sagen. Muni kann man immer gebrauchen. Alter. Wo ist denn der jetzt schon wieder? Der ist ja ganz schön schnell, wa? Ja, und außerdem weckert der die ganze Zeit. Ich mag ihn nicht. Ne, der ist irgendwie ein bisschen nervig. Aber andersrum. Oh, Feind der Controls, ey. Lass uns alles machen und guck zu, du blöder Roboter. Ich will gerade drauf schießen. Ja. Ne, er kann ja keine Treppen laufen. Nein. So, jetzt. Hast du alle? Ne, einer lebt noch. Gott. Einer lebt noch? Ja, okay, es leben noch drei. Der da hinten ist ein bisschen krank, habe ich das Gefühl. Alter, der ist ein bisschen mehr krank. Scheiße, Mann. Und bumm. Und bumpen. Ey, duck dich doch nicht, du Arsch. Ich sehe keinen mehr. Und für die Ausdrücke? Ja, ich habe heute auch nicht wenig gebracht, glaube ich. Ne, ich glaube auch, aber das ist erlaubt bei so einem Spiel. Richtig. Also wenn du mal überschüssige Mumpels hast, sag Bescheid. Ja, hier, Mumpels, sag ich schon. Munition. Ich weiß, was du meinst. Mumpeln, wollte ich sagen. Warum sag ich mal Mumpels? Ich meinte Mumpeln. Alter. Mumpeln? Mumpeln ist jetzt das neue Wort vom Magazin. Aber da muss ich nicht schauen. Wahrscheinlich. So. Das Geräusch ist jetzt psychomäßig laut. Ja, es ist... Ah, hier geht es weiter hoch. Oh, nur Geld. Wo bist du? Oben? Ah, hier kommen die nächsten. Eins, zwei, acht. Das ist für eine Optik. Erwischt. Ich sehe ihn nicht. Ah. Schön gemacht. Hilfe. Nice. Nice. Das war mein Partner. Na, weite. Ja, der war auch hübsch. Na? Wow. Das Smyrland kann irgendwie Spaß machen, oder? Ja. Aber ich bräuchte mal irgendwann Mun... Ja, wirklich Munition. Ich hab jetzt nur elf Schuss. Ja, müssen wir auch gleich mal. Wird auch wohl nicht mehr so lange dauern, bis wir unseren ersten Munitionsshop finden, wenn es den noch hier gibt. Okay. Teil zwei. Den gab es doch, ja? Ja, in Teil eins gab es den. Oh Gott. Mein Schild ist down. Ich muss mich hier dragen. Oder muss ich gar nicht. Wow. Mein Schild ist auch down. Ja, sind aber alle tot. Ja. Hallo, Flo. Ja, wir sind mega Muni. Machen wir hier noch ein Safe. Ne, das ist... Ach, ich wollte gerade sagen, Safe. Ja. Lecker. Ich hab hier nur Geld. Was hast du für ein Safe? Ein Dixi-Clo. Es sah aus wie ein Dixi. Ey, ich hab hier nur Geld. Ach, er ist sogar zu faul hier hochzulaufen. Er ist mit dem Fahrstuhl gefahren. Wir mussten ihn nur hochlassen. Ne, oder? Doch. Wie geil. Dieses... dieses faul Stück Roboter. Oh, wirklich. Ich glaub's ja nicht. Hast du schon hier oben gewesen? Hier liegen, ne? Die Muni lass ich auch für dich liegen. So, aber Muni ist ja nicht gleich Muni, ne? Wollte ich gerade sagen. Muni ist nicht gleich Muni. Ja, ein Sniper macht was dabei. Eins hab ich... Also zwei hab ich mir grad geklaut, weil ich auch nicht mehr so viel Muni hatte. Ja. Ah, und hier kannst du übrigens auch Munition kaufen. Wo bist du? Hier. Hi, Billy. Oh Gott, ich bin fast runtergefallen. Ach, du bist da wo der Pfeil ist, ne? Ja. Ja, genau. Ich bin da, wo der Pfeil ist. Genau so. Auf der Karte. Ja. Okay, cool. Ja, hier hast du Munitionsdampf. Kannst dir dann Ammo kaufen für alles. Wohnen. Wo bist du denn jetzt schon wieder da? Da oben, oder was? Genau. Da oben steht dann Ammo Dampf. Ein Ammo Dampf? Dampf. Dampf. Nenn ich das jetzt einfach mal. So. Welche ist denn jetzt die Muni für meinen Sniper? Ach genau, ich hab übrigens noch ein Grenade-Mod für mich oder dich. Voll? Ich kann nur 48 Sniper-Muni laden? Ja, ich hab noch ein Grenade-Mod für dich. Ja, man kann von Munitionssniper nicht viel. Ich fahr noch nur 48. Okay. Wenn du ready bist, müssen wir kurz mal tauschen. Ich hab nämlich einen Granaten-Mod für dich. Ja. Einen was? Gut. Äh, X zum Tauschen halten. Jus. Ähm. Nein, den hab ich angelegt. Den wollte ich dir nicht geben. Ah, sorry. Halt ich Knopf gedrückt. Ich wusste jetzt nicht, wie ich da wieder rauskomme. So, den hier wollte ich dir geben. Ja, den wollte ich ihm geben. Warum gibt der ihn nicht? Äh, wo ist er hin? Wer denn? Den Granaten-Mod, den ich dir geben will. Keine Ahnung. Inventory full. Hä? Dein Inventory ist full? Ja, wahrscheinlich. Warte mal. Ih, Alter. Mann. Hinter dir kannst du verkaufen, ne? Ja. Wo? Ja. An den Munitionsdampf. Okay. Ja, das sieht schwer nach Endgegner aus, was hier kommt wieder. Wo ist denn da einer? Ähm. Was? Ach, da kommt einer gerade, oder nicht? Ich glaub, da kommt da ja einer. Ich bin jetzt noch nicht rausgegangen, aber das sieht schwer danach aus. Viele Deckungsmöglichkeiten, weiten Platz. Okay. Ah, ich hab mal hier so ein paar kleine Sachen verkauft. Okay. Wenn du ready bist, guckst du mich an. Jopi. Kann man loslegen. Schau mir in die Augen, kleines. Gerne doch. Aber ich hab noch ein paar Grand-Mods. Du hast welche? Ja. Warte mal, ich guck mal, welche ich habe. Warte mal kurz. Ich muss die da hier sehen, oder? Ja. Ähm. Genau, ich hab Lobby Granite. Er muss gucken, was den meisten Schaden macht und was am besten skaliert. Okay. Und anders. Okay. 168. 173. Explosionsradius. Ja, klingt eigentlich ganz, gar nicht schlecht. Welcher ist das hier? Tauschen wir noch. Oh, super. Okay. Und Artefakt des Kammerjägers, was ist das? In welchem da wird eigentlich? Artefakt des Kammerjägers ist das, was wir gekriegt haben. Okay. Okay. Also, das kriegst du, wenn du... Und das Feld rechts oben, da, wo die Person steht, was ist das? Das Feld rechts oben, da, wo die Person steht. Also von dem Viererblock unten. Neben dem Schild. Ach, das hier. Das weiß ich noch nicht, was das empty ist, ne? Mhm. Okay. Das hab ich... Keine Ahnung. Muss ich... Müssen wir noch ausführen. Gut. Und so. Dann wollen wir mal hier rein. Und ich wette mit dir... Ich wette mit dir auf hundertprozentig, dass hier irgendwo ein Endgegner kommt. Ja. Was sag ich? Ja, du hast so recht. Ich weiß. Ich bin so gut. Du Pro-Gamer, du. Unsere neuen Folterpüppchen, Jungs. Ja. Halt's hinein! Ja? Captain Flint. Burn, baby, burn. Aua. Der ist ganz schön dick. Oh, oh. Alter, was macht der denn da? Ist da grad ne Granate geflogen? Uh. Ja. Da verdächtig in meine Richtung aus. Ja, war auch glaub ich auf dich gezielt. Warum versteckt sich Claptread hinter mir? Vielleicht ist er hinter dem Claptread her. Oh, ich bin gleich tot. Ja, oh ja. Ich komme zur Hilfe. Ich bin ja wenigstens halbwegs in Deckung. Ja, ich bin jetzt ganz in Deck gegangen. Dankeschön. Hey, fendig, fendig. Oh, oh. Tschüss. Mein Freund. Da hinten kommt noch einer. Ich versuche ein bisschen auf den Typen zu ballern. Du kümmerst dich um die anderen. Ich treffe den nicht. Na, endlich. Oh, er kommt runter. Ach du Scheiße. Ah. Oh Gott. Er brennt. Ich sehe nur Feuer. Oh Gott. Oh Gott. Du willst mich da verarschen. Nein. Geh den hier ab. Äh. Äh, ich blicke hier gar nicht durch, wer wer ist. Oh Gott. Boah. Alter, halt die Fresse und stirb. Alter. Alter Verwalter. Jetzt reicht es mir. Äh, das ist Captain Cliff. Oh. Krass. Ah. Alter, was macht er denn da? Au. Scheiße. Irgendeine Schallwelle. Da kann man nur aus der Ferne bleiben, wa? Ja. Ja, ich bin tot. Ja, ich nicht so richtig. Ich bin gleich tot. Ja. Noch lebe ich ja auch. Jetzt springt er aber auf mich drauf. Ja, ich habe keine Chance mehr. Bin ich weg. Ganz veressen. Ja, ich auch. Naja, wir werden ja in der Nähe wieder verlegen. Ah, der Datentummel sieht geil aus, oder? Das war mal der erste richtige Feld des Tages, Leute. Aber wir werden gleichzeitig cool. Ja, burn, baby burn. Wo dürfen wir? Ja.